Hi Leute, und herzlich willkommen zurück in meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen muy bien. Heute werde ich wieder mal was tolles machen. Die wahren OGs wissen es doch von früher. Darf ich halt mal deinen Namen vor Videos gemacht. Und ja, hier bin ich und mache das nächste. Ich glaube, das ist jetzt ungefähr so ein Jahr, seitdem ich das letzte gemacht habe. Und heute ist es wieder soweit. Ja, ich werde auch heute keinen Random Talk machen, weil ich nämlich eine Random Talk Folge aufgenommen habe. Und da habe ich ganz viel UN-Vlog drin gemacht. Checkt sie ab auf Spotify oder auf Amazon. Und hört euch an, was ich zu sagen habe. Außerdem habe ich auch einen neuen Vlog gepostet und hochgeladen auf meinem zweiten Kanal, wo ich für meine Führerschein-Theorieprüfung gelernt und verzweifelt habe. Und 10.000 Daily Dose of Happiness getrunken habe und gemacht habe. Also ist egal auf jeden Fall. Schaut euch meinen Vlog an. Und jetzt fangen wir an. Ich habe euch wieder auf Instagram gefragt. Also habe ich gesagt, ihr sollt mir eure Namen sagen, damit ich sie vorlesen kann. Und natürlich haben genug Leute mir ihre Namen gesendet. Und deshalb tut es mir sehr, 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 dass vielleicht der ein oder andere Name nicht dabei ist. Denn ich habe über 8.000 Daumen bekommen. Und ja, die kann ich natürlich leider nicht alle vorlesen. Aber ich werde jetzt einfach ein paar vorlesen, die ich per Zufall ausgewählt habe. Und ja, ich habe hier wieder mein Militär-iPad. Ja, das ist wie? Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Mal sehen. Ja? Ich werde jetzt zu ihr selber machen. Ich werde jetzt mit ihr machen. In die Zeit Name? Die Zeit Name ist ja. Jetzt mit ihr Tra lately. Ja, das ist ja, ja. Ja mit. Jasmin 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 Vincent Nils Nils Kai Uwe Kai Uwe Kai Binnenstrich Uwe Kai Uwe Kai Uwe Yona Alice 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 Caroline Caroline Caroline, Caroline. Meine Cousine heißt auch Caroline. Caur, 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 Caur. Melina, 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 Melina. Xavier, Xavier. Xavier 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 Ich spreche jetzt richtig aus Xavier Xavier Das ist mir jetzt schwer Titus 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 Lili 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 Princesse Lili Lili Tristan 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 Niklas Niklas Felix Felix Nikola 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 Franz Jule 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 Leon Leon Sasha 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 Lisa Michelle Lisa Michelle Lisa Michelle Lisa Michelle Angelo 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 Isabel 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 Ramon 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 in Ramon 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 Damien Letizia Laetitia Madeleine Madeleine Patrick Silas Silas Hatzim Hatzim Ich spreche es richtig aus Hatzim Hatzim Sandal 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 Kaya 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 Maurice 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 Mina Mina Tarek 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 imien 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 luca 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 kevin 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 fin 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 why 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 Dominic 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 Maxime 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 Linda 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 Jason Jason Lorenzo Lorenzo Finn Laurin Laurin Nico Nico Lottie Lottie Früher dachte ich auch mal, ich werde Lottie genannt, aber ich wurde von niemandem Lottie genannt. Obwohl doch, ich glaube einer hat mich früher echt mal Lottie genannt. Lottie 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 Svenja Jakob Biara 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 Biana Sãntii Sãnti Sãnti Sãntii Santi, 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 Santi. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ein paar dieser Namen sich gerade dieses Video auch mal angucken und sich angesprochen gefühlt haben. Und das vielleicht ein paar sich gefreut haben. Wenn ich das nochmal machen soll, dann könnt ihr mir das gerne nochmal schreiben. Dann habe ich noch einen Part 4 für euch, um noch mehr Namen abzudecken. Und dann müsst ihr mir aber auch auf Instagram folgen, denn sonst sehe ich ja nicht euren Namen. Deshalb, ja. Da heiße ich ASMR-Charlie. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne meinem zweiten Kanal folgen. Der heißt einfach nur Charlie. Und da poste ich Vlogs. Lustige Vlogs. Also ohne Asse mehr. Und, ja. Wie gesagt auf Spotify, Amazon und so können hier meine Videos euch auch immer on the go anhören. Und, ja. Draußen hat es heute geschneit. Ich hoffe, dass an Weihnachten auch Schnee liegt. Weil es wäre so traurig, wenn es den ganzen November schneit und an Weihnachten nicht. Und, ja. Mein Adventsgeräten habe ich heute auch aufgemacht. Und da war das hier drin. Eine Haarspegel. Und, naja. Außerdem steht ihr immer wieder in Synergy neben mir. Prost. Und, ja. Ich weiß gar nicht, wieso ich das Video nicht beende. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Danke sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.